So Leute, was geht ab? Heute haben wir das Dream Team von Leslie Und zwar Spooky Fiesta So, dann mach mal das gute Ding aus Spooky Fiesta? Das ist ein Scheiß Das ist auch spooky cool, Alter Ja, ist halt ein guter Karton, ne? Aufwenn ich auch schon mal Quali, Junge Mega, ich will nichts kaputt machen Ich glaub einfach ziehen, ja Was sind denn das für Kanten? Oh Die Dinger aus hier Oh, noch zwei Fette Guck mal, wir haben wir Colorburst Fontäne Happy Cracker Candy A Fountain Candy Fountain Pyromate Pyro Ja, steht ja Pyramid drauf und Color Vulcan Also ich bin dafür, wir fangen wirklich erstmal mit den Fontänen an, ne? Hahahaha Du Bastard Junge Hahahaha 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 So Wir starten jetzt Mit der Candy Fountain Nimm direkt den dicken Vulkan, ey Die kommen zum Schluss Weil die auch so viel geiler ist Ja Ja Schon viel nice eigentlich Color Burst Und dann Hahahaha Color Burst Und danach, ey Happy Color Mach doch Licht aus Nass Licht Das funktioniert ja besser Der Rauch Jaja der Rauch der ist nice Aber diese Vögel die ganze Zeit lulzen man Ist Ist jetzt die Happy Cracker Wahrscheinlich Crackling Pool Ist so Also die zweite war jetzt nicht so gar Die erste war schon gut Die war noch bunter WTF Raketentriebwerk Cracker Alle eigentlich fast identisch so Ja relativ identisch ne Ändert sich ein bisschen mit den Farben Aber vom Konzept das gleiche ne Ja So dann Sind das unterschiedliche Color Vulkan Ja Und Schauen wir mal die fern Von Pyromide Machen wir die Pyramide zuerst Okay Hier die Pyromide Genau Junge Ja Was Hä Die sind scheiße Ja dann Ich bleib jetzt hier stehen Die anderen sind Aber den Rauch den kann man sich durchaus gönnen Rauch ist nämlich gesund Richtig Weisheit des Tages Ja man Besser als der erste Ja das stimmt Also kauf ruhig mir ist aber nicht normal Also die Fontänen waren gut aber Da gibt es deutlich bessere K1 Vulkan Das stimmt Und was fehlt noch? Scheiße Hääääääى Häääää Häääää Häääh Häääh